2017 gibt es da so einen kleinen Motivationstipp, wo Sie sagen, wenn man morgens aufsteht und man steht man nicht ganz so fit auf. Was machen Sie? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Was machen Sie, um direkt fit zu werden? Man muss da mental anfangen und sich sagen, das Leben ist ein großer Triathlon. Also man muss einfach versuchen, diese Energie, die man aus dem Sport gewinnt, die einen auch immer wieder zu Leistungen trägt. Leistungen in dem Sinne, was man kann. Das müssen keine objektiven Weltmeisterschaftsdinger oder Rekorde sein, aber man muss immer an die Grenzen gehen von dem, was man kann. Und wenn man morgens aufsteht und hat so nichts Lust und sich dann nochmal überlegen, was kann ich aus diesem Tag machen, was sind die Erwartungen an diesem Tag und darf ich glücklich sein, dass ich diesen Tag erlebe und was mache ich aus diesem Tag. Und das ist unsere Aufgabe, wir müssen in unserem Leben was machen. Jeder hat ein paar Talente mitbekommen und im Rahmen dieser Talente ist das Einzige, was wir können, dass wir versuchen, das auszuleben und daraus das Beste zu machen. Das ist ein Anspruch an uns, aber eine Motivation für uns fürs Leben.